hallo willkommen zurück hier bei bus und cable car simulator oder simulator wie auch immer für die schlaumeier so wir machen eine neue fahrt ich hoffe es ist jetzt nicht mehr nachts weil sonst steigt hier keine ein sonst haben wir hier nichts zu tun ist ja langweilig gucken auch gleich mal auf unseren kontostand wie viel wir jetzt schon haben aber ich glaube das ist noch viel zu wenig oder immer noch nachts um gottes will und video naja gut also in der bedienungsanleitung ist aber auch nix drin wie viel zum bus kostet so ein scheiß ok macht nix ich gehe raus wir nehmen jetzt mal eine ganz andere fahrt an und zwar ein bisschen weiter weg warum muss ich hinter nacht umfahren muss man erklären aber warte mal es geht so ich muss auf sofa klicken oder hier schlafen gehen haben wir sechs über 30 aktivieren so gut nach jetzt ist es früh jetzt können wir fahren hier ist ein hau in meiner tastatur so ja so sieht es gut aus okay so fahren wir mal 36 dann müssen wir die meisten auch in der arbeit und so und das passt das ist schön hier zack zack und hinfahren da ich möchte jetzt auch mal eine fahrt annehmen die eine ganz andere strecke hat letztes mal sind wir oben rechts gefahren jetzt will ich mal oben links fahren also ich will mal alles ausprobieren dass ich hier mal die ganze stadt sehen kann und ich bin immer noch auf der suche nach diesen ganzen Kack Oh Nach diesen ganzen Kack Radkappen da Ja, jetzt fahr ich Danke Oh Fahren alle so langsam Achso, weil Stopp steht Okay Ich geh weiß zurück Na komm Ja, ja, Stopp Weiterfahren Bis man das sieht Ist ja Wahnsinn So, jetzt können wir ein bisschen schneller fahren Sind das zwei Autos? Ne, sind zwei Lichter Das schon, es sind zwei übereinander Mann ey Was sollt denn der Scheiß? Der hat jetzt echt noch fahren können Jetzt müssen wir da stehen bleiben Tjojo Ich werde es dann mal eine Strecke Annehmen bei der Messe Ja, jetzt dann Dass ich gleich auch mal sehe Wie viel so ein neuer Bus kostet Weil jetzt wird es endlich mal Zeit Wie viel habe ich denn überhaupt? Ja, 3185 Hallo Das ist Viel Möchte mal einen anderen Bus fahren So einen da Oder keine Ahnung Oder mal eine Straßenbahn Wie auch immer Ist mir sowas von wurscht Hauptsache was anderes Ich kann den in einem Bus Nicht mehr sehen Und ich frage mich immer noch Wo ich die ganzen Sonnenbrillen kaufen kann Ist auch so eine Sache So, jetzt bin ich erst mal am Depot Und dann gehen wir jetzt mal zum Supervisor Und lassen einen Plan abholen So, jetzt gucken wir mal Welche hier bei der Messe vorbeifährt Und die nehmen wir Die Messe ist ja da hinten hier Mal gucken Auch nicht, auch nicht Auch nicht, auch nicht Hallo Sind das nicht? Uh, der ist gut Okay, den merken wir mal Ja, ist auch nicht schlecht Ist auch gut Auch gut Ich möchte so vorbeifahren Dass ich dann Als Fußgänger dann hinlaufen kann Oh, das geil Western Edition Okay Okay, dann machen wir das Western Edition Das machen wir Mautstation Bis zur Mautstation Okay Aktivieren Zack Halleluja Gut So, da unten fängt es an Und dann geht es hier Oh, ganz geile Strecke Die habe ich noch nie gefahren So Leute, wir sehen dann eine komplett neue Gegend Das ist doch schon mal was, oder? Jetzt wollen wir erst einmal hier zur Anfangsstation hin Und dann sehen wir weiter Doch Machen wir erst mal die Tür auf So Okay Anmach hin Was fährt denn da? Gar nichts Äh, Q 910 1 Okay Machen wir mal Linie 9 10 10 Route 01 Wunderbar Sollte eigentlich passen, ja? Genau Machen wir aus Station Gut Vorne Einschalten Hoch machen Bremsen raus Sehr schön Jetzt müssen wir mal wieder warten Bis wir mal die Türen zumachen können Also diesen Bus hier kann ich langsam nicht mehr sehen, ne? Ich will mal einen anderen haben Ist ja schlimm Ich höre immer Züge, aber ich sehe keinen Komisch Geisterzug Okay, das funktioniert schon mal Also noch Machen wir hier mal einen Plan auf Wie ich hier nochmal die Spiegel einstellen kann Jetzt müssen wir mal kurz gucken Rechte Spiegel Spiegel auswählen Da haben wir es noch Auf der Null Aha Okay Äh Spiegel Runterdrehen Ja, so Ja, so passt Okay Spiegel auswählen ist die 1, ne? Ja Okay Machen wir das mal da hinten Zum Bus hin Genau Okay 1 Haben wir noch was? Noch im Spiegel? Nö Ja, das war's Okay So, dann können wir losfahren, ne? Jawohl Gut Dann fahren wir runter zur Messe Und zwar mit Karacho Bloß anhalten Sonst gibt's Stress, Alter Sonst kommt Döner, Mann Ja Finde die Trucks voll geil Take your piece of spring Hm Schre Wir müssen dann rechts abbiegen Okay Aber wo? Wollen wir ganz kurz gucken Auf Oh, nein Warum abstürzen? Toll So, zurück Hier bei Bus & Cable Car Das ist gerade abgestürzt Muss ich das nochmal machen Bäh So Hier bin ich wieder Bin jetzt selber nochmal dahin gefahren Weil das wollt ihr euch nicht normal tun Hm Am Ende vom letzten Video Habt ihr mich auch schimpfen gehört So witzig Hm So, jetzt machen wir das nochmal Western Edition So, aktivieren Und ich hoffe Dass es jetzt nicht nochmal abstürzt Jetzt hab ich das Ganze jetzt auch Auf Administrator laufen Sollte man ja tun Wenn es abstürzt Und mal gucken Vielleicht klappt es jetzt Aber ich hab nur auf die Karte geguckt Deswegen ist es abgestürzt Voll blöd Aber ich muss auf die Karte schauen Ich muss jetzt schauen Wo ich hin muss So Einschalten I Linie 910 Route 01 Ja Maustation Passt Wunderbar Okay Komm hier schon mal rein Und achten wir mal hier mal auf die Türen Sobald die Gans aufgehen Ist der Druck auch da Dann können wir losfahren Ich werde jetzt einfach nicht mehr Auf die Karte gucken Sonst müssen wir es nochmal machen Hab ich keine Lust dazu Wir verlassen uns Wir verlassen uns jetzt einfach mal Auf die kleine Einzige Mini Wincy Karte Von oben rechts Weil ich möchte jetzt endlich mal Da einen neuen Bus holen Kann aber nicht wahr sein Und dann schnell wie möglich speichern Und das dann hinter mich bringen Aber wenn es dann gespeichert ist Dann ist es mir scheißegal Dann kann es von mir aus tausendmal abstürzen Aber dann Aber nicht jetzt Hier bei der ganz wichtigen Fahrt Jetzt da Hier da Also das muss jetzt bis zur ganzen Route durchhalten Sonst drehe ich dem Spiel den Hals um So Jetzt fahren wir hin Jetzt beten Wir fahren hier gleich raus Okay Fahren wir hier gleich nach rechts rein Bin ich schon mal in der Nähe Hier halten wir an Hier ist rot Okay Jetzt müssen wir gucken Dass wir einen Wendekreis kennkriegen Wie ein echter Busfahrer Oh 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 es ist knapp Oh Ich hätte als Busfahrer Echt so Schiss Dass ich irgendjemanden reinraube Könnte ich nie im Leben Auch nicht mit 20 Jahre Ausbildung So Muss ich was trinken Ganz trockenen Hals hier Ganz trockenen Hals hier Oh 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 bleib stehen Bleib stehen Bleib stehen Rot Rot sind alle meine Lichte Rudolf das Rote Nasentier Was blümmelt denn da so Scheiß so ein Cable Car Was ich auch mal irgendwann fahren will Ja Mal so zu ihm Was ich auch tun werde Ja auf jeden Fall Also ich werde hier Zu 100% Irgendwann In den nächsten 100 Jahren Die Straßenbahn fahren Ob ihr es glaubt oder nicht Ich werde hier auf jeden Fall Alle Fahrzeuge fahren Mist Na Dass ihr euch schon mal auskennt So weit geht's dann Das Spiel Und sobald ich alle Fahrzeuge jemals gefahren bin Hier in diesem Spiel Kommt das nächste Busspiel Und zwar Bussimulator 2012 Hm Wenn ich da auch alles gefahren bin Dann kommt der letzte Bussimulator Das ist dann von München Ja Da haben sie Die Stadt München Komplett nachgebaut Das sieht man auch Das Oktoberfest Hab ich gelesen Also da freu ich mich schon richtig drauf Ha 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 Oh Rapp Epp Rappen wir nicht da rein hier So Aber jetzt sind wir hier erstmal Bei San Francisco Und dann sind wir weiter Bin mal gespannt ob es jemals wieder einen neuen Bussimulator geben wird Zur Zeit glaube ich nicht Also ich hab bis jetzt noch nichts gesehen Bleib so stehen Ist rot Alter Wo ist er eigentlich da Ich brauche hier die Preisliste Wie viel hier so eine Fahrkarte kostet Uh ich muss fahren Kommt davon wenn man abgelenkt ist Ist man hier nicht so bei der Sache Ich halte auch schon immer die Augen offen Für die Radkappen die hier rumliegen sollen Weil jede Radkappe bringt 500 Dollar Und das ist eine jede Menge Geld Also ist schon mal ein gewaltiger Fortschritt dann Für den Kauf von Fahrzeugen Und ich hoffe Ähm Was ist jetzt passiert Hallo Fahre in der Stadt nie schneller als 25 bis 30 Meilen Kleiner Tipp Ja danke Und wo ist die Stadt Das ganze Ding ist der Stadt Schlaumeier Vielleicht liegt der bei der Messe auch nochmal so eine Radkappe Das kann auch sein Ist ja auch so eine Art Sehenswürdigkeit Eigentlich Ohohoho Oh Mann Wie ist das schnell fahren hier Straße eckig du Ganz gefährlich Sonst an der Kante hängenbleiben hier Ich ausländer Ich so reden Wann bin ich endlich unten hier Ah bleib doch endlich auf der Bremse Oh Mann Diese Kack bremsen da Bis die mal bremsen Das dauert schon Stunden Ja Mach einen Stunt Das ist eh nichts anderes zu tun Ja genau Und ich muss gleich nachmachen oder was Oh je So was ist hier? Stau Aber nicht mit mir Nicht mit mir Freundchen Ich fahre hier durch Weil ich habe keine Zeit Muss heute noch ankommen Sonst brauche ich für diese Strecke schon vier Parts Vier Folgen Finde ich gut Jetzt müsste ich das schon bald Ah rot Oh Mann Oder wenn ich gewertet Gott sei Dank Glück hab jetzt Sehe ich gar nichts Jetzt So wie weit ist denn das noch? Also irgendwann fahre ich dann wieder nach rechts Irgendwann Da ist so ein Bus will ich hier So einen Oder fahre ich nicht so einen? Ne Keine Ahnung Wenn ich Radkapten finden würde Dann hätte ich schon zwei Busse Ja Was ist jetzt wieder? Wieder der Kante oder was? Ach ja Was soll's Nein tut mir leid Ich fahre euch nicht Ihr müsst auf einen anderen Bus warten Ich bin so beschäftigt Für mich warten andere Leute Die sind wichtiger als ich hier Oh was machen die da? Oh Brems doch ab Danke Sollen wir dich auch fahren hier So ein Gelenkbus Bestimmt auch cool Das hab ich auch noch nie gefahren Das einzige Fahrzeug Was ich hier in diesem Spiel jemals gefahren hab Ist Dieser Drecksbus Sonst gar nichts Dieser langweilige Stinkstiefenbus Der mich langsam ankotzt So Jetzt sollte ich mal hier lang fahren Ne Eins weiter Eins weiter So Und die fahre ich dann rechts rein Wenn ich das richtig sehe Ja Stimmt schon Oh Mama Mia Heizer Komm Lauf durch Ich bin nett Ich bin so nett Dass ich keinen überfahre Kamera ist irgendwie komisch gerade Jetzt ist gut Und ich hab immer noch keine Radkappe gesehen Übrigens Ich schau schon überall Sind die wirklich so versteckt oder was Sind die hier oder was Bei der Baustelle Nein Nein Das würde man echt sehen So klein sind die ja nicht Und da ist nix Die sollen ja irgendwo in der Stadt Verteilt sein Aber wo Das ist die große Frage Die ich mir hier schon ewig stelle Das war knapp Das war knapp Beinahe Tote gegeben Wie bei GTA Ah nein 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 Oh Ha 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 I a hu Oh Es wurde nicht gewertet Ah schau Das ist aber Hallo Was mache ich denn da Oh man Ist peinlich Echt peinlich Peinlicher geht es auch nicht mehr Aber zum Glück sieht keiner meine Let's Plays Nur so ein paar 10, 20 Leute Ähm Jetzt muss ich hier rechts rein Fahr doch Das war bis jetzt noch nicht abgestürzt Gott sei Dank Vielleicht hat es doch funktioniert Mit dem Administrator Okay Dann fahren wir hier nach links Hier rein Ey da war ich echt noch nie Ahh Warte Was ist denn jetzt los Hä Was Wieso kann ich hier nicht fahren Toll Zurück Oh man Kann nicht wahr sein Oh oh So, jetzt muss ich hier komplett einschlagen. Muss hier rum. Soll ich das bitte machen? Kannst du das mal klären? Ich muss wieder zurück. Könnt ihr mich mal durchlassen? Hallo? Ja, danke. Lass mich durch. Hallo. Hier ist doch nichts. Oh, 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 oh. Oh, es geht nicht gut. Es geht nicht gut. Es geht gar nicht gut. Hallo? Ja, oder so. Mir auch egal. So, einschlagen. Bleibst du stehen? Alter, was ist hier los? Was habt ihr alle gegen mich? Könnt ihr mal stehen bleiben? Hallo? Alter, fahr jetzt. Ich will auch mal fahren. Ich will heute noch... Hallo? Ich geb dich auf. Ich geb einfach nicht auf. Lass mich. Lass mich jetzt durch. Ja, genau. Kipp noch um. Kannst du mich jetzt mal in Ruhe lassen? Ja. Toll. Echt toll. Wegen dir, Idiot. Ich hab jetzt den Scheiß. Was ist jetzt los? Hallo? Oh nein. Tu mir das jetzt nicht an. Tu mir das nicht an. Hallo? Hey, du Arsch. Gott sei Dank. Boah, ich hätt den gekillt jetzt. Ich hätt den jetzt echt gekillt. Wisst ihr was? Ich bleib jetzt hier stehen. Wir sehen uns im nächsten Part wieder. Ich brauch jetzt nur Schnaps. Also, bis dann. Tschüss. Tschüss. Tschüss.